Hallo, ich bin Caroline von der Schufa und ich erkläre euch, welche Faktoren eure Kreditwürdigkeit beeinflussen. Heute geht es um eure Umzüge. Veränderungen im Leben sind spannend und wichtig. Die meisten Menschen ziehen im Laufe ihres Lebens um. Allerdings ist es für den Score besser, wenn man lange an einer Adresse wohnt. Das hat mehrere Gründe. Die Statistik zeigt, Umzüge, die vor kurzer Zeit stattgefunden haben, führen zu einem erhöhten Risiko, in Zahlungsschwierigkeiten zu geraten. Das kann den Score verschlechtern. Der Einfluss des Umzugs auf den Score nimmt aber im Laufe der Zeit ab. Keinen Einfluss auf den Score hat die Wohngegend, in der ihr lebt. Es macht keinen Unterschied, ob ihr in einer vermeintlich guten oder weniger guten Gegend wohnt. Alles klar? Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie die Schufa eure Bonität berechnet und euren eigenen Score einmal simulieren wollt, dann testet unseren neuen Score-Simulator.